Wir sind im Privatstunden-Talk mit Simone Sengas und Sean Jerome McRae. Privatstunden. Das ist ja genau mein Thema. Ich bin gespannt. Ja, mal schauen, was uns in dem Gespräch erwartet. Mein Hauptfokus ist ja tatsächlich auf Privatstunden. Weißt du, wie ich mein System aufgebaut habe? Was weißt du denn bisher? Gar nichts? Hast du schon mal was gehört? Gar nichts? 6-0? Da muss ich nochmal nachliefern. Aber also ich bin auch ganz schlecht in Social Media. Unabhängig. Also ich gehe rein, ich poste, ich kommentiere und dann bin ich wieder raus. Die Leute denken, ich bin super extrovert und voll in Social Media und den ganzen Tag am Handy. Aber bin ich einfach gar nicht so. Bei mir ist es noch viel fataler. Ich habe ja alles automatisiert. Ich muss gar nichts machen. Ich programmiere, übertrage es auf die ganzen Automatisierungen und mache dann so. Und dann alle Profile werden geöffnet, es wird gepostet, 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 gepostet. Ich gucke mich immer die Kommentare an. Ja, und du zu Hause so. Ich gehe ab und zu, gehe ich mal rein, gucke mal. Okay, schön 15.000 Aufrufe innerhalb von 24 Stunden bei dem Video, bei dem Video. Okay, elf Kommentare. Ich gucke am besten gar nicht rein. Also die Kommentare werden auch selber gemacht, echt? Nee, nee, nee. Die Sache ist die, dass die Videos ja automatisiert gepostet werden und dann ja Menschen auf diese Videos reagieren. Und die Kommentare zu den Reaktionen und den ganzen Kram schaue ich mir halt nicht so oft an. Also eher gar nicht. Shame on you. Da ist ja, ach, da ist alles dabei, du. Also da ist wirklich alles dabei. Also von positiv zu meistens natürlich. Es ist halt auch eine Facebook-Community, die, ja, da, wenn es, wenn ja einige kennen, dass es da ja auch viele Aspekte gibt, die man auch negativ benennen kann. Und dementsprechend wird das auch gemacht. Hat ich zum Glück bisher, glaube ich, nur einmal. Ja, also wirklich. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass ja Szenen intern, das ja anders beurteilt wird, als wenn das jemand mit einem Alter von 50, 60, der eher dann Fernseh guckend sowas dann halt in Facebook mal kurz anschaut, als anders bewertet als jemand, der selber in den Stilen tanzt. Stimmt, ja. Und dann die Menschen, die dann bei mir buchen möchten, die kriegen ihre Kennenlernstunde. Die kosten natürlich auch dann Geld. Und nach der Kennenlernstunde nehme ich beim nächsten Mal, insofern wir das vereinbart haben, dann den Vertrag mit. Der Vertrag beinhaltet 26 Termine, also eine Halbjahresbegleitung. Ich gehe dann immer schön wöchentlich zu den Menschen einmal pro Woche, kriegen ihre 60, 70, 80, 90 Minuten, halt eben zum Preis von 60 Minuten. Ich mache manchmal ein bisschen mehr deswegen, das hat sich bei mir so ritualisiert. Ja. Ja, und das heißt, die kriegen ein Paket, das kaufen sie dann und kriegen dann bei mir eine Halbjahresbegleitung. Okay. Manche verlängern, manche nicht, für manche reicht es. Das ist so mein Konzept. Mhm. Wenn es bei dir um Privatstunden geht, wie machst du das? Hast du Privatstunden? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, aber tatsächlich ganz wenig. Mhm. Ja, also ich muss ja dazu sagen, dass ich eine Frau bin, offensichtlich. Heißt, dass man kriegt dann weniger Privatstunden? Ich will fast schon meinen, man könnte mehr geben. Also tatsächlich ist es so, dass Männer sich schwer tun, von Frauen zu lernen. Und bei den Frauen das tatsächlich so ist, dass, ich glaube, auch einfach finanziell ganz oft ein Thema ist. Also, ich habe viele, die Kater zerfetzt einfach meine Blumen. Mensch. Ja, Spielplätze. Ja. Das einfach finanziell, die einfach sagen, ist einfach zu teuer über einen bestimmten Zeitraum. Daher ist es bei mir tatsächlich nicht so oft. Hast du dir Gedanken gemacht, ob du das dann einfach aufteilst auf einen Gesamtpaketpreis, den du auf Monate aufteilst und dadurch das wieder erschwinglich machst, weil die Menschen das dann auf eine längere Zeit hinweg zahlen können, wie bei einem Handyvertrag oder anderen Modellen der Finanzierung? Bisher nicht. Also, bei mir ist es halt auch einfach so, dass ich ja meinen Wohnort auch gewechselt habe. Das heißt, für mich sehr, sehr schwer, also gerade in Stuttgart, wo ich eigentlich vorher war und auch noch meine Kurse habe, irgendwie noch Zeit oder Raum zu finden, zu unterrichten oder Privatstunden zu machen, dadurch, dass ich umgezogen bin. Und deswegen die Leute nicht so weit hierher fahren würden. Also, es ist ja eine Stunde und die müssten dann irgendwie ein, zwei, drei, vier Stunden investieren und unter der Woche macht es keiner, weil die arbeiten. Ja, deswegen ist da so ein bisschen der Umschwung da. Könnte sich ändern mit der Zeit, aber war auch einfach nicht mein Fokus. Ja, das ist halt das Thema Fokus. Also, da habe ich mich tatsächlich einfach nicht darauf fokussiert, auf Privatunterricht. Ich habe mich auf meine Kurse fokussiert. Ich habe natürlich auch erst seit einem Jahr jetzt meinen Kurs in Stuttgart, also meinen eigenen, wo ich selber liege und unterrichte. Und da war einfach der Fokus auf den Kurs. Ja, es ist manchmal ja auch voll cool, dass man eben dann auf die Gruppe geht. Ja. Manchmal gibt es auch Menschen aus der Gruppe, die dann sagen, wie sieht es denn aus mit Privatstunden von der Möglichkeit? Du hast schon recht, der Faktor Kosten ist halt ein ganz großes Thema. Ich habe das dann bei mir halt über die Zeit halt erschwinglicher gemacht, über halt eben dann diese Aufteilung auf mehrere Monate hinweg. Dann wird es halt natürlich dann wieder günstiger auf den einzelnen Monaten, belastet den Geldbeutel weniger, wirbelt weniger Staub auf. Doch ich versuche ja tatsächlich manchmal das Konzept, um mal anderen Tanzlehrern vorzuschlagen. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass es dann für manche interessant ist. Aber es kommt natürlich, wie du selber sagst, schon auf die Menge an Privatstunden an, die man als Anfrage reinbekommt. Und wenn bei dir halt eben weniger Anfragen reinkommen oder halt eben dann der Fahrtweg dann für viele zu weit wäre. Zum Beispiel jetzt beim Daniel Schaumburg, da fahren ja Menschen teilweise drei Stunden zum Beispiel, um nur bei ihm seine zwei, drei Stunden Pakete halt eben dann wahrzunehmen. Okay. Mit, was weiß ich, noch was schön essen, kulinarischer Abend und hier mit dann eine Balkonpause und sowas. Ja, und das wird jetzt die Privatstunde über. Ja, das sieht man ganz oft. Ja. Ja, aber finde ich gut. Also jetzt ohne sexuellen Kontext. Der macht dann wirklich, der kocht für seine Kunden. Ich weiß, das meine ich ja. Man sieht das, weil er postet ja immer mal Storys, wie man essen hier und das. Und ich glaube, dass die auch schon Geschenke mitgebracht haben. Ja, genau. Richtig. Ja, ich finde das gut. Also es spricht überhaupt gar nichts gegen das Konzept. Nur für mich einfach in meiner Situation, wie sich das jetzt alles geändert hat, hat sich das einfach nicht angeboten. Aber eventuell. Hast du so Ziele, Wünsche, wo es hingehen darf, wenn es um Gruppenkurse geht bei dir? Ähm, wie meinst du das jetzt? Ja, manche haben ja das Ziel, dass wir zum Beispiel bei einem festen Standort bleiben. Manche wollen mehrere Standorte, manche wollen noch einen Tanzlehrer dazunehmen, manche wollen eine ganz eigene Tanzschule. Wie ist es bei dir? Äh. Zack. Komm, zack. Gute Frage. Oh, wo darfst du denn hingehen? Also, Ziele ändern sich ja im Leben. Mhm. Man fängt ja an und setzt Ziele und dann erreicht man sie und dann will man das doch anders und dann doch mehr und vielleicht doch da weniger und vielleicht doch ein bisschen spezifischer. Also, als ich angefangen habe, wollte ich einfach nur ein Sternchen auf einem Flyer sein. Mhm. Ähm, ähm, und... Hast du geschafft, ne? Habe ich geschafft. Richtig. Ähm, also ich habe tatsächlich mir kleine Ziele gesetzt, ne? Gast auf einem Event, ähm, irgendwie mal einen Privatunterricht, äh, zu bekommen, also zu geben, dass mich jemand bucht, ein Ladies-Sty-Class zu unterrichten, international, ähm, also raus aus Deutschland, hab ich geschafft, ähm, gebucht zu werden, einen Tanzpartner zu finden, also, also alle meine Ziele habe ich dann entdeckt und bin oben gewesen und hab gedacht, und jetzt, weil es, also es ging halt nicht kontinuierlich weiter, es war immer mal wieder so und hab aber dann irgendwann mal gedacht, so irgendwie, ähm, bin ich seit sieben Jahren Lehrerin, aber halt im Sportbereich gewesen und ich hab's eigentlich immer geliebt zu sehen, dass die Leute sich wirklich weiterentwickeln durch das, was ich ihnen beigebracht hab und das hat mir irgendwie dann so ein bisschen gefehlt, so dieses Persönliche, jemandem wirklich weiterhelfen und auch den Prozess zu sehen von der einzelnen Person und hab dann gedacht, so, hey, eigentlich möchte ich, möchte ich gerne schon mit Menschen regelmäßig arbeiten und, ähm, hab dann mich so ein bisschen mehr auf Kurse fokussiert und hab dann, wie gesagt, in Stuttgart angefangen und hatte aber leider keinen passenden Partner und hab dann gesagt, mach ich einfach selber und hab mich dann halt so ins Leading reingeschmissen, was natürlich auch echt krass ist, also gleichzeitig ein guter Follower zu bleiben und ein guter Leader zu werden, ist echt eine Hausnummer, ähm, aber es hat einfach, ähm, ich sag einfach, ich bin mit meinen Studenten gewachsen und ich hab mit meinen Studenten gelernt und bin mit jedem Tag irgendwie ein besserer Lehrer geworden durch die, durch deren Fragen und, äh, bin unheimlich dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht hab, diesen Kurs zu starten, ähm, hab dann jetzt seit, ähm, ja nur, äh, wirklich einen festen Lady-Style-Kurs mit reingenommen, der, also, überrannt wird, also wirklich, ähm, was natürlich auch ein tolles Kompliment ist und hab Leute wirklich von null auch schon eingelernt in Gesomba und wenn die dann mit ihren zwei, drei Monaten auf Partys tanzen und die Leute sagen, du tanzt wirklich erst seit drei Monaten, ist für mich ein riesen Kompliment. Ja, glaube. Ähm, und das ist für mich einfach ein Highlight und genau das möchte ich, das ist für mich das größte Kompliment, wenn die Leute mir dann sagen, hey, danke, wegen dir verstehe ich jetzt mehr, wenn ich mit Leuten tanze, ähm, als ich vorher verstanden hab und ich fühle mich sicher und, ähm, in meinem Körper wohl und es mir Selbstbewusstsein gegeben oder sowas das, das, ähm, bringt mir ganz, ganz viel, ähm, und dadurch, dass ich weggezogen bin, war natürlich die Überlegung, in Stuttgart die Kurse zu lassen, weil es sind halt einfach zwei Stunden Autofahrt hin und her, ne, ähm, aber ich konnte nicht. So, diese Menschen haben ich einfach zu den Menschen gemacht oder die Lehrerin gemacht, die ich heute bin und diese Stunden mit denen geben mir einfach wirklich viel, ja, also ich kann so einen beschissenen Tag haben oder so fertig sein, weil ich erst von dem Booking gekommen bin am Wochenende und gehe mit Energie aus den Kursen raus. Also es gibt mir ganz viel, deswegen würde ich den Standort nicht aufgeben. Ich fahre trotzdem noch jede Woche eine Stunde hin und eine Stunde zurück für diese zwei Stunden, ähm, und habe aber jetzt hier in Heilbronn angefangen und könnte mir aber auch vorstellen, jetzt in der anderen Stadt irgendwie noch zu unterrichten. Also, aber ich bin irgendwie dann an meine Studenten gebunden. So, ich kann einfach, ich möchte die nicht loslassen. Du sollst bei mir bleiben. Halt fest, mach weiter, ist doch gut. Meine. Ja? Ja, deswegen, ja, sehr gerne überall. Lass dich da nicht irgendwie rausbringen, nur weil du umgezogen bist, zieh das auf jeden Fall weiterhin durch. Eine Stunde fahrt, das Gefühl, trotzdem nichts. Ist okay, kann man. Also für die Leute, die regelmäßig reisen, ne, ist das nichts, genau. Ist das eigentlich gar nichts, ja. Wie ist denn das von deiner Empfindung, wenn es ja, wenn du dich erfreust an dem Fortschritt von Menschentänzerisch, was für Werkzeuge, ob wir zum Beispiel über, dass die Menschen erfühlen, wie sich die Bewegung anfühlt, also über auch körperliches Anfassen, Bein müsste so sein, also halt Bein müsste so sein, Fuß müsste so sein, das hier verkürzt, das hier lang, über Anfassen geteachter Unterricht, oder halt eben dann über, ich zeige es den Leuten vor, körperlicher Abstand, ich zeige vor, oder als Sprache, was bevorzugst du von diesen drei, oder wenn du den vierten hast, zähl den gerne mit auf, was bevorzugst du, Menschentänzerisch voranzubringen? Alles. Tatsächlich. Nötige Reihenfolge. Ich bin ja gelernte Sport- und Gymnastiklehrerin, das heißt, ich habe zweieinhalb Jahre meine Semester gemacht und in allen Fächern alles gelernt und wir haben diese ganzen verschiedenen Arten, die jemandem etwas beizubringen, gelernt. Ja, also taktil, über Berührung, visuell, dass man es halt, dass Leute gibt, die können nur über Szenen lernen und dann gibt es Leute, denen muss man halt alles erklären. Und da ich das gelernt habe, wusste ich, dass es unterschiedliche Menschen gibt und somit habe ich im Kurs alle Menschen vertreten und unterrichte alles. Also ich würde, wenn ich etwas, wenn ich zum Beispiel eine Kombination zeige oder eine Bewegung erkläre, dann mache ich das in allen drei Schritten. Alles. Welche Reihenfolge? Gute Frage. Habe ich da eine Reihenfolge? Also ich glaube, ich erkläre und zeige und dann gehe ich zu den Leuten, die taktile Berührung man braucht. Ich glaube, so in der Abfolge, ja. Ab welchem Moment hast du die Empfindung, dass taktil, dass du über Berührung nochmal nachkorrigieren solltest bei den Menschen? Ist es dann aufgrund dessen, dass sie es visuell, wenn du es dann betrachtest, das nicht machen, wie es sein soll? Ja, also wenn sie es visuell nicht lernen und man hat es ihnen aber dann wirklich zwei, dreimal versucht zu erklären auf bestimmte Art und Weise und ich bin wirklich ins Detail rein und auch muskulär und alles erklärt und so und dieser Mensch kann es nicht umsetzen, dann muss ich das taktil zeigen. Kannst du dir vorstellen, dass alle Menschen taktil lernen können? Ja, aber nicht wollen. Genau, richtig. Dankeschön. Und das Wollen kann ein Vergangenheit zu tun haben. Also nicht jeder möchte angefasst werden. Richtig, genau. Und das ist das Verhindertes. Ja. Richtig. Das ist auch meine Auffälligkeit, die ich sehe. Dass viele Menschen vielleicht aufgrund von Vorgeschichten es nicht möchten, dass andere Menschen in eine gewisse Nähezone kommen und dadurch dann der Lernprozess verhindert werden würde, weil sie dann von mir aus retraumatisiert sind aufgrund von Nähe und dadurch eigentlich ihren natürlichen Kanal, Körperkontakt, nicht nehmen können als Lernmittel. Das ist natürlich eine schlimme Erfahrung, die jemand gemacht hat. Ja. Aber ja, stimme ich zu. Deswegen sollte man ja trotzdem auch immer wieder fragen, es ist okay, wenn ich dich anfasse. Ich glaube, für uns ist es einfach im Tanz so selbstverständlich geworden, jemanden anzufassen. Ich frage immer noch manchmal Menschen, gerade wenn ich dann schon die Vermutung bekomme, oh, sollte ich nachfragen. Ja. Zum Glück reagieren die normal, weil manchmal könnte man auch meinen, die kriegst du halt einen Gefakt, natürlich kannst du mich anfassen. Ja. Das ist schon eine komische Frage, darf ich dich anfassen? Also, ist schon okay, die Frage, weil ich habe schon gemerkt, es gibt auch Menschen, die halt das ein bisschen lächerlich finden. Ich bin im Tanzkurs, natürlich darf ich das nicht anfassen. Ja. Ja, mag schon sein, aber dann möchte ich einfach immer selber auf der sicheren Seite sein. Ja. Vielleicht, glaube ich, immer noch zehnmal nachfragen, aber sicher sein, den Menschen dann nicht irgendwas Schlechtes angetan zu haben. Ja, ist ja wirklich so, genau. Ja. Hm, jetzt ist ja die Überlegung zum Beispiel, wie sind denn dann so, also wenn man dann ja Menschen hat, die zum Beispiel eine gewisse Nähezone nicht haben wollen, haben die ja trotzdem ja offensichtlich tänzerische Fortschritte. Und wenn man den Vergleich ziehen würde zwischen Menschen, die zum Beispiel körperlich die Nähe zulassen würden und Menschen, die das nicht, sage ich mal, für sich bevorzugen, gibt es ja trotzdem dann schon eine gleiche Level-Qualität, sage ich mal, so einen Fortschritt. Ist es dann, woran liegt das? Also wo ist dann der Grund, dass obwohl ja fühlen und dass du jemanden tänzerisch in der Bewegung führst, begleitend, dass es da gute Fortschritte gibt, gerade im Lateinbereich ist das Gefühl schon fast nur notwendig und nur so machbar, dass der Tanzlehrer ständig über anfassen und rein fühlen, indem er wirklich ein Körperkontakt ist, taktil, mit den Menschen Fortschritte erzielt. Und trotzdem es Menschen gibt, die halt eben dann übersehen und gehört haben, dann das in einem eigenen Verarbeitungsprozess, in einem eigenen Empfängerhorizont, erklären einem Menschen, der blind ist, wie Farben aussehen und halt eben einem Menschen, der eine Cola getrunken hat, wie Cola schmeckt, anhand dessen, was er schon kennt. Das wird ja häufig schwierig und Sprache wendet ja genau das an. Also was für Assoziationen löst du durch Worte bei den Menschen aus und wie wird das kognitiv verarbeiten, was macht er in sich daraus? Und das ist ja genau da der Grund ist, warum manche Menschen komplett völlig andere Sinnesbilder in sich bilden, als diejenigen, die halt körperlich, physikalisch in das reingeführt wurden. Dann kommt halt nur das Ergebnis raus, was ja als Ziel ist. Das heißt, wie erklärst du dir das, dass es trotzdem für diejenigen, die auditiv und visuell lernen, gleiche Ergebnisse gibt wie für körperliche? Ist das überhaupt so? Ist das überhaupt so? Oder wird immer jemand nachhängen, der taktile mehr Vortritte gemacht hätte, auch wenn er auch visuell und auditiv gut lernt? Das ist interessant. Also ich glaube, die Menschen, die visuell, beziehungsweise die diese taktile Hilfe brauchen, lernen meiner Meinung nach langsamer. Also von den Erfahrungen her. Ich kann aber auch vielleicht einfach nur... Interessant. Meinst du langsamer oder kriegen sie nicht oft genug ihren Kanal befriedigt, weil sie so oft was hören im Unterricht und so oft was sehen, aber nicht auf ihren Kanal bekommen mit Taktil? Also so wie die Situation ist, denke ich, hängen die hinterher. Also wenn jetzt jemand taktil ist und der auch einen Lehrer hat, der ihm alles taktil zeigt und beibringt, dann glaube ich nicht, dass die Person hinten dranhängen würde. Aber aufgrund dessen, wie eben die Situation ist, wie Workshops stattfinden, wie auf Festivals zum Beispiel unterrichtet wird, wie ein Kurs funktioniert und so weiter, da hat man einfach nicht die Möglichkeit, speziell auf die Einzelperson reinzugehen und dieses Taktile zu befriedigen. Also wenn ich jetzt versuchen würde, in meinem Kurs wirklich jeden Einzelnen auf seine Art und Weise weiterzubilden, es wird nicht funktionieren und deswegen gibt es ja Privatunterricht. Aber das muss halt dann auch jedem Studenten bewusst sein, dass er einfach in der Masse seine Informationen bekommt und entweder mitkommt oder nicht. Man kann einfach nicht den ganzen Kurs festhalten wegen dieser einen Person und da kommt halt dann eben die Empfehlung direkt an die Person, hey, fändest du es denn nicht auch gut, vielleicht einfach mal Privatunterricht zu nehmen, wegen dem, dem und dem, um auch mit den anderen wieder mitzukommen. Also in der Situation. Ich habe Kundinnen, die bei mir sich melden, die dann so eine Zwei-Tages-Pauschale bei mir buchen, wo ich dann zwei Tage am Stück da bin und das zu einem Pauschalpreis und dann 48 Stunden komplett tänzerisch verfügbar bin. Und das sind meistens Damen, die schon in einem Kurs drin sind und nach einer gewissen Kursstundenanzahl für sich merken, es werden andere Damen bevorzugt von den Männern. Sie werden deselektiert und merken auch von der Eigeneinschätzung, dass sie nicht so gut sind wie die anderen Damen im Kurs, im Direktvergleich und dann für sich nicht die Entscheidung treffen wollen, ich höre auf mit dem Tanzen, sondern ich besser nach, überhalten eine andere Lösungsmethode und buchen dann bei mir dieses Zwei-Tages-Pauschalen-Ding. Das ist wirklich der Klassiker, das sind die klassischsten Damen, die bei mir die Zwei-Tages-Pauschale buchen. Und das ist echt interessant, dass das auf jeden Fall in der Szene vorkommt, dass Damen dann für sich erkennen, mit dem, wie ich in der Gruppe jetzt, sag ich mal, herangeführt wird an meine Schritte, ist jetzt für mich nicht der beste Lernweg. Ich mache das taktil. Die sehen das vielleicht nicht so in ihrem Prozess, aber die kommen am Schluss, weil ich mache sehr viel taktil. Ich mache ja gefühlt nur noch taktil. Ich gehe von taktil, korrektiv maximal dann, wenn es taktil nicht klappt, in die sprachliche Korrektur, weil ich habe das Gefühl, wenn ich rede oder wenn ich anderen Tanzlehrern zuschaue, reden die immer aus Verzweiflung, weil die keinen anderen Weg sehen, wie die eine Gruppe zu irgendwas mobilisieren können im Körper. Und dann ist das Gefühl so ein leichter Verzweiflungsakt, der zum Beispiel, wenn die dann versuchen zu erklären, zu zeigen, die Menschen machen das nicht, du merkst schon, alle werden unzufrieden im Kurs. Und dann kommt Verzweiflung irgendwann auf. Und ich glaube, dieses Thema Verzweiflung ist eigentlich schon ein bisschen mehr am Anfang, schon nur so verdeckter. Und das zeigt sich immer mehr, weil immer klarer wird, ich habe was gesagt, ich gucke rum, das Werkzeug Sprache hat nicht funktioniert, ich wende wieder das Werkzeug Sprache an, aber es klappt immer noch nicht und merke schon, ich komme mit Sprache nicht weiter. Und dann kommt ja irgendwann immer das Endergebnis, okay, ich werde handgreifen, ich habe es in Form von taktile, aber normal. Weil manche würden dann aggressiv werden, Leute, was macht doch mal richtig, was ist denn los? Gibt es auch. Ja, so eine Auffälligkeit, die sich mir zeigt, wo ich in der Szene halt beobachte, dass viele Menschen sich beschweren, da wird ein Haufen Zeug geredet und dann meistens noch so ein Krieg zwischen Damen und Herren. Also ich als Dame möchte jetzt auch noch mal kurz was erklären für die Damen und dann wird der Sprachakt beider Parteien des Tanzlehrers halt ewig lang und die Kunden sagen, boah, ich will es halt mal machen, also was ist los hier? Ja, stimmt. Kennst du bestimmt auch, oder? Schon mal erlebt oder so im Kurs? Tatsächlich selber, als ich angefangen hatte zu unterrichten mit meinem damaligen Tanzpartner, da war einfach der Wunsch nach Perfektionismus da, jemandem alles wirklich perfekt zu erklären. Etwas perfekt zu erklären und dann fällt einem noch mehr ein, noch mehr ein, noch mehr ein und man merkt selber überhaupt gar nicht, wie viel Zeit da geht. Ja, genau. Und dass die Leute halt wirklich, also einfach Wurzeln schlagen schon. Ach, so gut gesagt. Das ist wirklich so, ja. Und man danach aber, Gott sei Dank, natürlich dann auch von befreundeten Lehrern oder so ein Feedback gibt, und sagt so, oh mein Gott, wird einfach zu viel geredet. Und mit der Zeit kommt dann die Erfahrung, das Feedback, man merkt selber, man geht selber in die Workshops und die Kurse und merkt dann, okay, ja, was gefällt einem selber? Wann merkt man selber so, lass mich probieren. Oder wie kann man das aufteilen? Lass mal ein paar probieren, die anderen dürfen nochmal zuhören. Und das kommt dann, glaube ich, einfach mit der Erfahrung, wie oft man das macht. Aber selber schon gemacht und erlebt. Ja, deswegen am besten die Leute probieren lassen. Auch mal einfach mehr Zeit geben. Wenn man versucht, immer alles zu kontrollieren und alles perfekt zu machen. Und da werde ich jetzt mittlerweile auch einfach lockerer in meinen Workshops. Ich merke es mit jedem Mal, gebe ich den Leuten mehr Musik und mehr Zeit zu üben. Und auch in meinen Kursen. Ich habe früher immer alles eingezählt, immer alles zusammen gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich es zusammen mache, dann funktioniert es. Aber das bringt den Leuten nichts. Weil wenn sie es alleine machen müssen, sind sie restlos überfordert. Also müssen sie es auch alleine lernen. Und da locker zu lassen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie in der Erziehung mit den Kindern. Manchmal muss man die Kinder machen lassen. Ich habe so gemerkt, das ist so ein bisschen vielleicht auch wieder für manche zu lang, aber sobald die Menschen anfangen, rumzugucken, also nicht mehr sich brutal beschäftigen mit einer Sache, dann sind die erst wieder bereit für neue Informationen. Ja, es gibt ja, glaube ich, auch einfach eine bestimmte Zeit, wo ein Mensch sich das Prozess gestartet ist. und wirklich aufmerksam zuhören kann. Und das variiert natürlich auch von Mensch zu Mensch. Ja, da muss man halt drauf achten, dass die Leute dann nicht, aber die stören ja dann später auch einfach den Kurs. Das ist halt... Kann vorkommen. Ja. Wie gesagt, mir ist aufgefallen, wenn Menschen, als Tanzlehrer betrachtet, auf den Menschen, sobald er mehr rumguckt oder halt eben, man sagen könnte, okay, jetzt mit dem langweilig, mit dem, was er schon hat, jetzt kann man Neues dazugeben. Weil manchmal geht man zu früh in den Prozess, jetzt kriegst du was obendrauf geballert. Und er hat doch vorher noch irgendwie so gerade mit einem Kram verkraftet. Ja, stimmt. Also da muss man natürlich schon anpassen an die Leute. Aber ich habe gemerkt, ganz viele Leute schreien einfach danach, nach Musik im Workshop. Ja, gell, extrem richtig. Jedes Mal, wenn ich gefragt habe, so wollt ihr Musik oder wollt ihr erst ohne, dann kam sofort Musik. Musik. Und ich so, okay. Ja, aber ich glaube, wir sind ja alles Menschen, wir können alle miteinander kommunizieren. Also kann man ja auch einfach fragen. Wer möchte? Wer möchte noch nicht? Wer möchte es nochmal erklärt haben? Und ich glaube, wenn man da einfach mehr auf die Leute eingeht, dann findet man auch die richtige Mitte für alle. Hast du in der großen, weiten Welt des Tanzlehrertums eher die Empfindung, dass durchschnittlich die Tanzlehrer als Gruppe, also Tanzpaar, das teacht, ob die jetzt eher, aus deiner Perspektive, ist ja so eine selektive Sache, gut sind oder eher nicht optimal? In ihrem Unterrichten? Genau. Ja. Kommt natürlich auch die Personen drauf an. Wie die Gruppe drauf reagiert? Es gibt ja unterschiedliche Arten, von denen zu unterrichten. Was ich an Tanzpärchen toll finde, ist, dass die eingespielt sind. Kann ich kurz meine Katze aufhalten? Ja. Du zerfetzt einfach alles. Zerfetzt alles. Du weißt ganz genau, du darfst es nicht. Weil ich dachte mir so, okay, eins darfst zerfetzen, ne? Ja. Und ich kann das Video hier nicht unterbrechen, aber jetzt langt es. Nee, du darfst schon. Jetzt langt es. Ja, dann wird halt einfach mal alles zerfetzt. Die erkennen halt wahrscheinlich, wann ist der Moment, wo man dann zu stark abgelenkt ist. Wann kann ich? Ja, genau. Und wann kann ich mal einfach raushängen lassen, was ich eigentlich mich nicht trauen würde? Weißt du, wie teuer die waren? Ja. Mama darf nachher putzen. Tata, tata, tata. Hallo, hallo. Ja, ja. Ich habe dein Handy mal mehr zur Mitte gemacht, bevor das runterkippelt. Ist das nicht draufgesetzt? Ist das okay? Ja, ist okay. Dann bleibt es. Man fährt sich runter. Okay, dran denken, genau. So, genau. Zurück zu den Tanzpärchen. Also es kommt auf das Tanzpaar drauf an. Was ich cool finde, ist, dass die so eingespielt sind, dass die sich gegenseitig den Freiraum geben, für die jeweiligen, also Männer und Frauen, Tipps zu geben und mit der Zeit auch, glaube ich, zeitlich sehr gut sind. Was ich zum Beispiel mega befürworte, das habe ich zum ersten Mal bei Dway und Gabi gesehen, dass die die Leute aufgeteilt haben, die Frauen und die Männer, beziehungsweise Leader und Follower, und die Schritte einzeln gemacht haben. Dass die erst mal selber wussten, okay, was ist eigentlich der Grundschritt, den wir gerade lernen und dann erst zusammengegangen sind, weil ansonsten einfach man am Anfang so an sich rumreist. Weißt du, so die Männer reisen rum, die Frauen reisen rum und die Frauen machen einfach irgendetwas. Ich denke, es hat Vorteile, wenn man in der festen Partnerschaft ist, weil man einfach eingespielt ist. Ich mache ja hauptsächlich Kollaborationen mit Lehrern und da ist halt auch immer so ein bisschen, man muss sich den Platz nehmen, um etwas zu sagen. Also die Lieder sind einfach so eingespielt in ihrem Unterrichten, weil sie es halt meistens immer alleine machen, ohne Frau, dass die irgendwie alles auch für die Frauen erklären und ich dann halt auch manchmal natürlich einen Witz mache und sage so, hey, ich kann das übernehmen, wenn du möchtest. Aber es sollte jetzt natürlich nicht ausarten, dass es einen Kampf gibt. So, ich wollte aber noch was sagen und ich und das. Also man sollte schon ein eingespieltes Team sein und jedem den Freiraum geben. Ja, man kann ja als Dame dann schon sagen und neben dem, dass für die Männer ja eben gerade wichtig ist, dass sie das und das tun, ist es für uns Frauen währenddessen wichtig, dass wir das und das und dann ergänzt sich das im Paar. Genau, aber wie gesagt, der Mann muss halt im Endeffekt dann auch den Freiraum geben, dass die Frau das erklären darf. Sie kann sich das nehmen, sie kann schon in sein Wort reinfallen und dann das aufgreifen, was er gerade als Information gegeben hat und sagen und zudem wäre jetzt neben dem, dass für die Männer das und das wichtig ist. Ja, das ist eine gute Methode. Ja, das ist halt was, was wir halt lernen und so ein Zeug. Und das klappt auch sehr gut mit, also wenn der Mann jetzt nicht überkrass dann reagiert mit, du hast mal wiederholt, was ich gesagt habe, aber du hast was Eigenes gesagt. Also zum Glück ist das, glaube ich, also zumindest vermutlich das weniger vertreten in der Szene, dass jemand wirklich so, weil dann... Also ich hatte auch schon Erfahrungen gemacht, wo mir jemand davor gesagt hat, was ich sagen darf im Kurs und was nicht. Mhm. Dass auch ja nichts schief geht. Okay. Es gibt solche und solche. Muss ich mich raushalten. Ich meine, der Erfahrungswert spricht ja für sich, den habe ich halt noch nicht gemacht, aber der wird gemacht werden, das ist ganz klar, weil die Möglichkeit gibt es ja und dann wird es das auch geben. Von daher, es tut mir leid, dass du das erlebt hast. Das ist okay, weil ich glaube, also ich bin tatsächlich ein totaler Befürworter von solchen schlechten Erfahrungen, weil man für sich selber einfach Grenzen setzen kann. Was möchte man, was möchte man nicht und wenn man die Erfahrung gemacht hat, was man nicht möchte, kann man auch viel mehr herausfinden, was man möchte und das auch kommunizieren. Wenn man sich kennengelernt hat, ja genau, sich in der Situation erlebt hat und dann für die Zukunft das ändern kann. Und wenn ich jemand habe, der sagt, hey, ich würde gerne mit dir unterrichten, dann kommuniziere ich mit dem Menschen gleich von vornherein, hey, hör zu, ich bin mein eigener Lehrer. Natürlich, ja, unterrichten wir zusammen und finden eine Mitte zusammen und es ist ein Miteinander, aber du kannst mir nicht sagen, was ich meinen Frauen weitergeben will. Sonst klappt die Collaboration, nicht wirklich lange. Also einmal vielleicht, dann war es das. Nein, aber also ich hatte das tatsächlich auch nur einmal erlebt. Ja, einmal von Millionen Mal. Von daher passt das auf jeden Fall. Das ist doch auch wieder fast schon ein gutes Schlusswort. Steht zu euch selber. Ja. So die Message im Endeffekt. Ja, gerade alles aus Follower auf. Steht eine Frau. Simone Sengas, Jean-Jerome McRae, Privatstunden. Wir sehen uns.